Hallo, mein Name ist Thilo Schaller und ich arbeite als Assistant Professor im Musikdepartment der University of Lethbridge und unterrichte im Digital Audio Arts Major. Da unterrichte ich alle Musikproduktionskurse, Anfängerkurse und fortgeschrittene Kurse, Audio Specialization Techniques und bald wahrscheinlich auch den Game Audio Kurs. Ich würde mich freuen, dich hier begrüßen zu können und wenn du irgendwelche Fragen hast, wende dich bitte an mich. Vielen Dank.